Der Norddeutsche Rau wie das Meer, stürmisch wie der Wind, fein wie der Sand Betrachtung im Wandel der Zeit Unterstützt von www.musicfox.com GEMA-freie Musik kostenlos Idee, Text, Umsetzung und am Mikrofon Heiko Janusz Moin Wer nicht ins Bild passt, wird bekämpft Kennt jemand von euch das Hauptmann von Köpenick-Syndrom? Nein? Ich habe das vor eineinhalb Jahren kreiert und ich finde, es macht vieles sehr schön deutlich hier in dieser Bundesrepublik Worum geht es dabei? Im Hauptmann von Köpenick von Karl Zuckmeier besorgt sich der Schuhmacher Wilhelm Vogt eine Uniform im Range eines Hauptmannes und besetzt mit ein paar anderen Soldaten das Rathaus von Köpenick. Dabei sichert er sich die Rathauskasse. Alle folgen seinen Befehlen und somit erreicht er das, was er sich vorgenommen hatte. Die Uniform bewirkte also, dass andere das gemacht haben, was der Uniformträger wollte. Ungeachtet dessen, ob es dazu überhaupt eine Legitimation gab. Ein Uniformträger hat in einem Land, wo es überwiegend um Gehorsam, Verordnungen, Gesetze und Unterwürfigkeit gegenüber dem Staat und einer Obrigkeitshörigkeit, die schon in Richtung Etatismus geht, immer Recht und kann Dinge befehligen oder anordnen, Kraft seines Status oder seiner Uniform. Wikipedia beschreibt Etatismus so Etatismus bezeichnet eine politische Annahme, nach der ökonomische, soziale oder ökologische Probleme durch staatliches Handeln zu bewältigen sind. Der Begriff entstand um 1880 in Frankreich. Etatistische Positionen vertreten etwa Merkantilismus, Marxismus, Borussianismus und Nationalsozialismus. Dies wird im Kontext einer politischen Ideologie gesehen. Das war der Auszug aus Wikipedia. In Deutschland scheint das besonders vortrefflich zu funktionieren. Jeder, der ein öffentliches Amt hat, meint, über den Bürger zu stehen und agiert. Genau so. Das beginnt schon auf kommunaler Ebene, setzt sich auf Landesebene fort und findet auf Bundesebene seine völlige Entfaltung bis hin zu einer abgehobenen, auf Borniertheit basierenden Einstellung gegenüber dem Volk. Das sehen wir geradezu exemplarisch bei der aktuellen Bundesregierung. Das Volk und die Bürger dieses Landes, also der eigentliche Souverän, werden zum Bittsteller degradiert und für dumm verkauft. Eine erste Gruppe sind also die Politiker, die Ämter bekleiden und somit vermeintlich höher stehen als andere. Minister, Kanzler, Gemeinderäte und so weiter. Wo der Deutsche auch gerne hochschaut, sind Schulleiter oder Ärzte, Beamte, Polizisten, Akademiker in Form von Doktoren oder Professoren. Diese Leute sind ja gebildet und wissen alles. Vor allen Dingen wissen sie alles besser. Wie so etwas aussehen kann, haben wir in den letzten drei Jahren im Zusammenhang mit dem C-Virus erlebt. Da muss man doch sehr zweifeln, ob der Unterschiedlichkeit der Standpunkte. Oder gilt hier auch wieder der alte Wahlspruch, folge dem Geld? Die Meinungen von Akademikern werden immer herangezogen, wenn es darum geht, wissenschaftlich Sachverhalte zu beleuchten und zu begründen. Das ist erst einmal ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Es sei denn, es geht darum, ein bestimmtes Meinungsbild zu manifestieren. Dies geht in Deutschland am besten mit Titeln, Ämtern oder Funktionen. Der Deutsche hört gerne Obrigkeiten zu und glaubt, was diese erzählen. Und zu diesen Obrigkeiten rechne ich auch diverse Medienformate, wie zum Beispiel die Tagesschau oder das Heute-Journal. Das sind alles heilige Kühe, die nicht geschlachtet werden dürfen und die immer Recht haben. So der weit verbreitete Glaube. Oftmals hören wir etwas von Experten oder Fachleuten, die sich in einem Gebiet sehr gut auskennen und deren Meinung oder wissenschaftliche Analyse oder Expertise wird dann als Wahrheit herangezogen. Dabei ist es umso glaubwürdiger, je mehr Titel derjenige vorweisen kann. Ein Doktor in einem Fachgebiet ist das eine. Ist man dann aber noch Chef einer Klinik oder einer Forschungseinrichtung, ist das noch hochwertiger. Oder Professor an einer Universität. Und so weiter und so weiter. Ein Amtstitel, ein weißer Kittel oder ein Doktortitel reichen das schon. Ich stelle mir die Frage, ob in der heutigen Zeit auch eine Uniform der Bundeswehr, zum Beispiel im Rang eines Hauptmannes oder eines Majors, ausreichen würde, um durch die natürliche Autorität des Uniformträgers in Kombination mit der eigentlichen Uniform Dinge zu erreichen oder Autorität in der Öffentlichkeit auszustrahlen. Vermutlich funktioniert das nicht. Ein Soldat in Uniform ist ja mittlerweile eher ein Schandfleck, der er oder auch sie sich für das Vaterland einsetzen und es verteidigen. Vaterland, Patriotismus, das sind ja Worte, die von einer links-grün-ideologisierten Regierung eher verhasst sind. Eine derartige Identifikation mit dem eigenen Land und vielleicht sogar noch stolz darauf, ein Deutscher zu sein, ist ja schon per se mit Höchststrafe belegt. Ein Soldat in Uniform müsste in der heutigen Zeit in bestimmten Gegenden von Berlin oder auch Hamburg sicherlich auch sehr aufpassen, nichts auf die Nase zu bekommen, wenn er in Uniform durch die Gegend marschiert. Im Bereich der Schulen werden Schulleiter immer noch wie Götter behandelt. Warum eigentlich? Sind das bessere Menschen oder wertvollere Menschen? Also ich persönlich glaube das nach diesen drei Jahren Corona nicht. Der Herr Oberstudienrat, oha! Früher waren das Respektspersonen. Und das hat sich durchgeschwiegen bis in die heutige Zeit. Wenn die Schulleitung zum Gespräch bittet, dann wird aber gehorcht. Wer Minister ist und etwas zu sagen hat, der steht dann auch schon etwas höher. Das, was er sagt, hat Gewicht und ist bedeutungsvoll. Und es wird nicht in Zweifel gezogen. Und es ist per se immer wahr und richtig. Amtsträger verstecken sich hinter ihrer Funktion oder hinter ihrem Amt. Oftmals berufen sie sich auf Gesetze und Verordnung und sind somit unantastbar. Und wenn das Finanzamt oder eine Behörde etwas schreibt oder sagt, dann muss man dem ja auch gehorchen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Zweifel an Verordnungen zu äußern, das ist nicht gestattet. Dabei haben wir insbesondere in der C-Virus-Krise feststellen müssen, wie viele schwachsinnige Verordnungen und Ideen gerade von Politikern und sogenannten Experten und Fachleuten umgesetzt wurden. Ein Wahnsinn, dessen Folgen nicht abzusehen sind. Interessant ist nur, dass dieselben Autoritäten, die vorher drangsalierende Maßnahmen angeordnet hatten, jetzt wieder zurückrudern. Auch kommt immer mehr heraus, dass vieles, was da veranstaltet wurde, nicht rechnen zwar. Jeder mag sich selbst mal die Mühe machen zu überlegen, ob das alles so stimmt. In den letzten drei Jahren wurde eines sehr deutlich. Mediziner aus derselben Fachrichtung sind zu völlig konträren Bewertungen, Ergebnissen und Schlussfolgerungen gekommen. Wie kann das sein, wenn alle doch eine ähnlich vergleichbare Ausbildung genossen haben? Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Es geht darum, wie man versucht, Menschen mit einer anderen Meinung, einer anderen Einschätzung und Bewertung von Sachverhalten niederzumachen und zu bekämpfen. Dafür bedient man sich der Technik der Seriosität, der akademischen Auszeichnungen und letztendlich auch bestimmter Vokabeln, die per se denjenigen, den man treffen will, in eine eindeutige Schublade steckt, aus der er nur schwer wieder herauskommt. Und wenn er dort wieder herauskommt, erleidet er oder auch sie zumindest einen Image-Schaden. Darüber hinaus nutzt man die Gutgläubigkeit und Obrigkeitshörigkeit der meisten Menschen, um sie von der Richtigkeit der Worte zu überzeugen, und zwar ihrer Worte. Wenn ein Professor-Doktor sowieso sagt, dass Aussagen von anderen falsch sind und er selbst das mit einer Quelle als Beweis untermauert, dann muss es ja stimmen. So der allgemeine Tenor. Wer aber bestimmt denn, was richtig oder falsch ist? Insbesondere dann, wenn ein anderer mit derselben akademischen Auszeichnung und mit denselben Titeln genau das Gegenteilige sagt. Da wird es tatsächlich kompliziert. Man kann die andere Meinung nur niedermachen. Und wie das funktioniert, sehen wir gleich. Worum geht es jetzt konkret? Erstmal vorab dies. Um die Welt zu verstehen, in der ich lebe, beobachte ich das, was um mich herum geschieht. Ich überlege, ob es stimmig ist, ob es für mich logisch klingt und ob ich daraus für mich ein eigenes Bild der Welt entwickeln kann, welches dann für mich plausibel ist. Gerade in Bezug auf die Weltpolitik und die damit verbundenen geopolitischen Strategien der agierenden Staaten hielt ich es für schlau, mich zu informieren und diese Informationen dann zu durchdenken und zu bewerten, ob ich dem folgen kann oder nicht. Hierzu habe ich Bücher von Peter Scholler-Thur, Gabriele Krone-Schmalz und Daniel Ganser gelesen und auch auf YouTube deren Vorträge angeschaut. Historische Informationen und Fakten und letztendlich das, was aktuell seit Jahrzehnten auf der Welt passiert, führen einen dann unweigerlich zu einem bestimmten Bild, welches ich als schlüssig und stimmig erachtet habe. Jetzt musste ich feststellen, dass Persönlichkeiten wie Daniele Ganser und Gabriele Krone-Schmalz massiv bekämpft werden, weil sie etwas sagen und eine Meinung haben, die nicht in das Gesamtbild der aktuellen Meinungsmache passt. Auch Peter Scholler-Thur wurde mit fast 90 Jahren als senile alter Mann bezeichnet, um deutlich zu machen, dass das, was er zu sagen hatte, ja eigentlich nicht mehr ernst zu nehmen ist. Dabei greift Scholler-Thur auf weit mehr als 60 Jahre journalistische Tätigkeit zurück. Es ist besonders hervorzuheben, dass er in fast allen Krisengebieten der Welt vor Ort war und mit vielen Protagonisten direkt gesprochen hat. Es ist mehr als unhöflich, diesem Mann seine Kompetenz in bestimmten Fragen abzusprechen. Ähnlich sehe ich es bei Gabriele Krone-Schmalz, die in vielen Büchern seit den 90er Jahren die politische Situation in Deutschland, in Russland, Europa und auch jetzt wieder in der Ukraine beleuchtet, und zwar in einem Betrachtungsstil, der die weltpolitischen Zusammenhänge mit berücksichtigt. Ich würde es jetzt mal als eine ganzheitliche Sichtweise bezeichnen. Was mir sowohl bei Daniele Ganser, Gabriele Krone-Schmalz und Peter Scholler-Thur besonders gefällt, ist die Tatsache, dass sie sachlich und fundiert berichten. Beleidigungen und Herabwürdigungen habe ich da noch nicht erlebt. Das ist sehr angenehm, weil man sich dann auf das Gesagte oder Geschriebene konzentrieren kann, um sich so selbst ein Bild und eine eigene Meinung machen kann. Kommen wir nun zu einem aktuellen Ereignis, welches ich bei T-Online entdeckt hatte. Wie wird hier Meinungsbildung und Meinungsmanipulation betrieben? Oftmals sehr subtil, aber durchaus erkennbar. Ich will einmal versuchen, das ein wenig aufzudröseln. Auch hier gilt, jeder mag es selbst für sich überprüfen und zu seinen eigenen Schlüssen kommen. Niemand muss das übernehmen, was ich hier denke und schreibe und sage. Es wäre aber hilfreich, selbst in die Recherche zu gehen, um zu einer eigenen Meinung zu kommen. Das verbinde ich übrigens mit Verantwortung und Mündigkeit. Nun aber zum Sachverhalt. In einem Artikel von Michael Ströbel steht folgendes geschrieben. Ich zitiere. In diesem ersten Satz fällt auf, dass die zu kritisierenden Personen nur mit Nachnamen beschrieben werden, wohingegen der Professor mit Vor- und Nachnamen erwähnt wird. Michael Ströbel, der Autor, spricht von selbsternannten Russland-Experten. Sie sind nicht durch andere zu Experten geworden, sondern haben sich selbst dazu ernannt. Somit ist auch das Fachwissen gering, so seine Schlussfolgerung. Den Professor nervt das und er kontert mit Fakten, weil er ein Experte ist. Er stellt sich somit über die anderen und er weiß es besser. Mitschwingen tut hier folgendes. Die anderen haben keine Ahnung. Ihr Wissen taugt nichts und das nervt. Jetzt muss mal von kompetenter Seite mit Fakten die Wahrheit klargestellt werden. In dem besagten YouTube-Video sitzt Professor Gistwa in einem Hörsaal und referiert über die Thesen, die er widerlegt. Dabei lächelt er oftmals abfällig, wenn es um die Thesen und Äußerungen derjenigen geht, die er kritisiert. Dieses Lächeln impliziert, dass er die Äußerungen der anderen belächelt, nicht ernst nimmt und sie somit abwertet. Weil ja nur er die Wahrheit kennt und die anderen nicht wissen, wovon sie sprechen. Er sitzt übrigens alleine im Hörsaal. Hier ein weiteres Zitat aus dem Artikel von Michael Ströbel. Ich zitiere. Das Video mit dem Titel Thesencheck. Diese acht Behauptungen über den Krieg in der Ukraine sind falsch. Zitat Ende. Es handelt sich bei dem Video um einen Faktencheck oder wie es hier heißt Thesencheck. Die Behauptungen werden nicht aus einer anderen Sicht beleuchtet oder bewertet. Sie werden kategorisch als falsch betitelt. Der Professor kennt ja als Einziger die Wahrheit. Diese ironische Bemerkung sei mir an dieser Stelle gestattet. Somit erhebt sich der Herr Professor wieder über alle anderen. Der Hinweis auf die Richtigkeit seiner Aussagen wird mit wissenschaftlichen Quellen belegt. Aber gehen wir mal weiter. Ein weiteres Zitat aus dem Artikel. Es ist untergliedert in acht Kapitel, in denen jeweils eine These aus Sicht der Osteuropa-Forschung beleuchtet wird. Etwa, dass sich Putin nur gegen die NATO verteidige, die Ukraine historisch gesehen zu Russland gehöre, mindestens aber die Krim und der Donbass oder das Verhandlung des Westens mit Russland den Krieg längst hätten beenden können. Hier fällt ein Sachverhalt besonders ins Licht. Professor Gestwa beleuchtet die Thesen aus Sicht der Osteuropa-Forschung. Nun stellt sich die Frage, ob diese Sicht der Osteuropa-Forschung die gleiche Sicht ist von Daniele Ganser, Gabriele Krone-Schmalz, Sarah Wagenknecht und anderen. Ich habe da meine Zweifel. Professor Gestwa beleuchtet die Thesen aus einer ganz bestimmten Perspektive. Wenn es einen zweiten Fachmann auf dem Gebiet der Osteuropa-Forschung gäbe, vielleicht auch von einer anderen Universität, der eine völlig andere Sichtweise hätte, dann könnten diese beiden sich trefflich darüber streiten, wer Recht hat und die Wahrheit sagt und wer nicht. Sie könnten anhand ihrer Forschung und ihrer Quellen in einen Diskurs gehen und es wäre interessant zu erfahren, wie dann das Ergebnis aussehen würde. Diese komplett gleichen Professoren gibt es hier aber nicht. Welche akademischen Grundlagen bringen die bisher erwähnten Persönlichkeiten mit? Das wollen wir uns einfach mal anschauen. Sarah Wagenknecht ist Politikerin. Sie studierte Philosophie und neuere deutsche Literatur und hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften. Gabriele Krone-Schmalz ist Journalistin. Sie absolvierte ein Studium der osteuropäischen, mittleren und neueren Geschichte, Slavistik sowie politische Wissenschaften. Sie promovierte in Geschichte und politische Wissenschaften. Sie ist Dozentin und Professorin. Daniele Ganser ist Historiker und Friedensforscher. Er studierte an der Universität Basel, der Universität van Amsterdam und der London School of Economics and Political Science. In Klammern LSE. Klammer zu. Alte und neue Geschichte. Philosophie und Englisch mit einem Fokus auf internationale Beziehungen. Er ist Doktor der Philosophie. Klaus Gistwer studierte von 1984 bis 1991 in Marburg, Norwich, Moskau und Leningrad Geschichte und Slavistik. Er ist ebenfalls Doktor. Seit 2009 ist er ordentlicher Professor an der Universität in Tübingen. Was bedeutet das jetzt für unsere Betrachtung? Jeder der vier Personen, die ich eben genannt habe, hat unterschiedliche Arbeits- und Themenschwerpunkte. Damit sind absolute Wahrheiten oder einseitige Rechthabereien per se schon ausgeschlossen. Das scheint Klaus Gistwer aber nicht zu berücksichtigen, wenn er wie folgt zitiert wird. Zitat. Es nervt dermaßen, diese intellektuell flachen und dreisten Beiträge zu sehen und zu hören. Zitat Ende. Klaus Gistwer betrachtet seine Doktorkollegen sehr von oben herab, da er deren Beiträge als intellektuell flach und dreist bezeichnet. Wenn er promovierte Akademiker, die auch an Hochschulen und Universitäten dozieren, als intellektuell flach bezeichnet, würde es mich mal interessieren, was er zu diesem Text oder zu diesem Podcast sagt. Ich bin kein Akademiker und somit dürfte ich nach seinem Verständnis überhaupt keinen Intellekt besitzen, geschweige dann geistvolle Beiträge verfassen. Er stellt sich höher, als er vermutlich ist. So eine Anmaßung kann auch in die Hose gehen. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. An dieser Stelle sei angemerkt, dass in der Vergangenheit des öfteren Plagiatsvorwürfe bei Politikern im Raum bestanden. Hierzu berichtet die Süddeutsche Zeitung am 19.05.2021 in einem Artikel von Katrin Müller-Lancé. Ich lese das mal Punkt für Punkt durch. Die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey steht im Verdacht, ihre Doktorarbeit plagiiert zu haben. Die Prüfungen dazu laufen offensichtlich noch. Karl Theodor zu Gutenberg, ehemaliger Verteidigungsminister, hat plagiiert und die Uni Bayreuth erkennt ihm den Doktortitel ab. Silvana Koch-Merin, FDP-Europaabgeordnete, bekommt von der Uni Heidelberg ihren Doktortitel entzogen. Annette Schawan, CDU-Mitglied und ehemalige Bundesbildungsministerin, bekommt ebenfalls ihren Doktortitel von der Uni Düsseldorf entzogen. Bei Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident sowie unter anderem ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, sowie unter anderem ehemalige Bundesministerin für Verteidigung und Andreas Scheuer, ehemaliger CSU-Generalsekretär, lagen Verdachtsmomente und Plagiatsvorwürfe vor. Diese waren aber nicht ausreichend, um den Doktortitel abzuerkennen. Aber schauen wir mal weiter, was Herr Ströbel noch so schreibt. Ich zitiere, an solchen und ähnlichen Falschinformationen rund um Russland und die Ukraine mangelt es im Internet gewiss nicht. Zahlreiche Prominente verbreiten spätestens seit Beginn des Krieges vor einem Jahr nur allzu oft Halbwahrheiten oder gar reine Putin-Propaganda, unterschweren damit eine sachliche Diskussion. Darunter auch prominente Namen wie Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht, Feministin Alice Schwarzer, die ehemalige Moskau-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz, Politikwissenschaftlerin Ulrike Guarro oder der Verschwörungsguru Daniele Ganser. Herr Ströbel unterstellt, dass es sich oftmals um Falschinformationen rund um Russland handelt. Er spricht von Halbwahrheiten und von reiner Putin-Propaganda. Diese Halbwahrheiten und Propagandaäußerungen erschweren eine sachliche Diskussion. Er impliziert hier, dass es zwei Seiten von Berichterstattung gibt. Die seriöse und sachliche und die unseriöse, Propaganda behaftete und mit Halbwahrheiten bestückte Seite. Dabei bestimmt Herr Ströbel selbst, wer in welches Lager gehört. Hier ist die Wortwahl entscheidend. Er benutzt die Wörter Halbwahrheiten, Putin-Propaganda, Verschwörungsguru. Somit setzt er diese Person in ein ganz bestimmtes Bild, in einen ganz bestimmten Rahmen. Nichts von dem muss übrigens stimmen. Und im Umkehrschluss könnte dies auch für Herrn Gestwar gelten. Auch hier könnte man mit dem richtigen Narrativ den Herrn Professor in eine zwielichtige Ecke stellen. Aber das wollen wir ja nicht. Wie geht es weiter? Ich zitiere. Ein Umstand, der Klaus Gestwar beinahe die Zornesröte ins Gesicht treibt. Es nervt dermaßen, diese intellektuell flachen und reißen Beiträge zu sehen und zu hören, sagt der Professor und Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen zu T-Online. Er habe das Gefühl, von einem Osteuropahistoriker zu einem scharlatanen Entlarvungsspezialisten zu mutieren. Zitat Ende. An dieser Stelle wird noch einmal hervorgehoben, dass es den Professor nervt und dabei erfährt der Leser noch einmal, in welcher Funktion er aktuell tätig ist. Sprich, die vermeintliche wissenschaftliche Kompetenz wird noch einmal hervorgehoben. Er setzt aber noch einen drauf, indem er sich selbst als Scharlatanen-Entlarvungsspezialisten betitelt. Waren die anderen bisher fachlich nicht auf der Höhe, intellektuell minder bembittelt und schmissen mit Falschaussagen nur so um sich, werden sie jetzt als Scharlatane bezeichnet. Und ganz ehrlich, nun wird es langsam unwissenschaftlich und der Herr Professor beginnt, unter die Gürtellinie zu schießen. Das spricht nicht gerade für die Seriosität des Herrn Professors. Es geht aber noch weiter. Ich zitiere nochmal. Zu viele seien jahrelang auf die von Moskau aufgezogenen Desinformationskampagnen hereingefallen, sagte Gistwa. Noch viel schlimmer. Einige haben daraus für sich ein Geschäft gemacht, um Aufmerksamkeit in eigener Sache zu erzielen. Gabriele Krone-Schmalz und Daniele Ganser sind die beiden offenkundigsten Beispiele dafür. Viele fielen auf die beiden herein, weil ihnen schlichtweg das Wissen zu Osteuropa fehlt, um deren Mythen zu entzaubern, so der Wissenschaftler weiter. Zitat Ende. Herr Professor Gistwa steigert seine Überheblichkeit dahingehend, dass er nun Daniele Ganser und Gabriele Krone-Schmalz diskreditiert und diffamiert. Eine üble Masche im Bereich der öffentlichen Medien, die ja genauso finanziert werden durch die GEZ wie Universitäten in Deutschland durch öffentliche Steuergelder. Er suggeriert mit seinen Äußerungen, dass sowohl Daniele Ganser als auch Gabriele Krone-Schmalz mit Desinformationskampagnen ein Geschäft gemacht haben. Und zwar eigennützig. Professor Gistwa unterstellt, dass zu viele Menschen hereingefallen seien auf die Informationen aus Russland, weil Moskau ständig Desinformationskampagnen aufgezogen habe. Das bedeutet, dass Russland nur Desinformationen verbreitet, wohingegen alle anderen, insbesondere der Westen, immer wahrheitsgetreu berichten. Das gilt es erstmal zu beweisen, dass das auch so ist. Ich glaube das nicht. Ich habe da meine ernsten Zweifel. Professor Gistwa unterstellt des Weiteren, dass Daniele Ganser und Gabriele Krone-Schmalz Mythen erzählen und degradiert jetzt auch noch diejenigen auf ein niedriges Bildungsniveau, die Bücher von Ganser und Krone-Schmalz lesen, weil denen schlichtweg das Wissen zu Osteuropa fehlt. Auch hier behauptet er, weit wissender zu sein als alle anderen. Er verortet Daniele Ganser und Gabriele Krone-Schmalz in den Bereich der Mythen-Erzähler. Warum nicht gleich Märchenerzähler? Oder obliegt die Rolle der Märchenerzähler den öffentlich-rechtlichen Medien? Man entschuldige mir diese bissige Bemerkung. Es geht aber noch weiter. Ich zitiere nochmal. Als Forscher und Forscherinnen können wir das nicht mehr ignorieren, sondern müssen mit unserer Sachkompetenz Widerrede leisten und die Desinformationen als solche entlarven. Sagt Klaus Gistwa. Er sieht den Auftrag der Wissenschaft nicht nur in der Bildung, sondern auch in der Einmischung. Der Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Osteuropa-Forscherinnen und Forscher mit einem Schlag in eine viel politischere Rolle als früher gebracht. Professor Gistwa bezeichnet sich selbst als Forscher und billigt sich Sachkompetenz zu, die er sicherlich auch hat. Und er bezeichnet die Äußerung der oben genannten Personen als Desinformationen. Er gibt selbst zu, dass mit einem Schlag die Osteuropa-Forscherinnen und Forscher in eine politischere Rolle gebracht wurden als früher. Auch sieht er seinen Auftrag, also den Auftrag der Wissenschaft, nicht nur in Bildung, sondern auch in der Einmischung. Wir lassen das an dieser Stelle einfach mal so stehen und sparen uns weitere Wertung. Am Schluss schreibt Michael Ströbel noch einmal, dass Professor Gistwa unaufgeregt und sachlich die einzelnen Thesen durchgeht. Auch liefert er den aktuellen Stand der Osteuropa-Forschung. Hervorgehoben wird noch einmal, dass es auch wissenschaftliche Quellen gibt, so wie es bei wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist. Das impliziert, dass die Arbeiten, Aussagen und Bücher von zum Beispiel Daniele Ganser oder Gabriele Krone-Schmalz unwissenschaftlich sind. Bevor wir nun eine Zusammenfassung erstellen, möchte ich noch auf unsere aktuelle Bundesregierung hinweisen, insbesondere die Mitglieder derselben und deren Studienabschlüsse. Dabei geht es nicht darum, wer was wie abgeschlossen hat und wie wertig das letztendlich ist, sondern es geht darum, wo jemand einen Abschluss hat und ob diese Qualifikation mit dem derzeitigen Ministerposten fachlich übereinstimmt. Fangen wir einfach mal an. Olaf Scholz hat Rechtswissenschaften studiert und ist jetzt Bundeskanzler. Das könnte passen. Robert Habeck hat Germanistik, Philosophie, Philologie, Humanwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert. Jetzt ist er Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Das passt irgendwie nicht. Christian Lindner hat Politikwissenschaften, Öffentliches Recht und Philosophie studiert. Jetzt ist er Bundesminister der Finanzen. Das passt auch nicht richtig. Nancy Faeser hat Jura studiert und ist Rechtsanwältin. Sie ist Bundesministerin des Innern und für Heimat. Muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht einschätzen, ob das passt. Annalena Baerbock hat Politische Wissenschaften und Public International Law studiert. Sie ist Master of Laws und Bundesministerin des Auswärtigen. Das könnte vielleicht passen. Marco Buschmann ist Jurist. Und er ist Bundesminister für Justiz. Das passt. Hubertus Heil hat Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Er ist Bundesminister für Arbeit und Soziales. Das passt wohl auch. Boris Pistorius ist Anwalt und Bundesminister der Verteidigung. Muss ich ganz ehrlich sagen, das passt eher nicht. Cem Özdemir ist Diplom-Sozialpädagoge und ist Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Also ganz ehrlich, das passt für mich nicht wirklich. Lisa Paus ist Diplom-Volkswirtin. Sie ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das passt auch nicht, finde ich. Karl Lauterbach hat den Master of Public Health und ist Bundesminister für Gesundheit. Im weitesten Sinne scheint das zu passen. Volker Wissing ist Jurist, war Richter und Staatsanwalt. Er ist nun Bundesminister für Digitales und Verkehr. Das passt für mich persönlich nur halb. Steffi Lemke hat Agrarwissenschaften studiert und ist Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Das könnte passen. Bettina Stark-Watzinger hat VWL studiert und ist Bundesministerin für Bildung und Forschung. Das passt auch irgendwie nicht richtig. Svenja Schulze hat Germanistik und Politikwissenschaften studiert. Sie ist Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das passt irgendwie auch nicht ganz. Clara Gaywitz ist Diplom-Politikwissenschaftlerin. Sie ist Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Ich finde, das passt gar nicht. Und Wolfgang Schmidt ist Jurist und er ist Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes. Da würde ich wohl sagen, das passt. Wir sehen, dass selbst in der aktuellen Bundesregierung die Fachbereiche nicht immer mit den erlernten Ausbildungen der Minister und Ministerin zusammenpassen. Dennoch treffen diese Leute Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen für die Bevölkerung in Deutschland haben können. Und sie haben das ja auch. Also Konsequenzen. Was das teilweise für Folgen hat, das sehen wir ja sehr deutlich jeden Tag, wenn wir in die Welt hinausschauen. Nach Professor Gestwa könnte man ja hier auch von intellektuell flach sprechen oder den jeweiligen Ministern die Kompetenz absprechen. Zugegebenermaßen wird das ja auch immer wieder gerne gemacht. Zu Recht oder zu Unrecht, das sei mal dahingestellt. Was will der Autor des Artikels, Michael Ströbel, nun erreichen? Wozu dient Professor Klaus Gestwa hier den Medien? Immerhin ist der Artikel bei T-Online erschienen. Ein mit einem Titel ausgestatteter Akademiker soll den Menschen die Welt richtig erklären und im Zuge dessen werden alle anderen diskreditiert und diffamiert. Allerdings eher beiläufig und nicht so scharf. Es wird nicht gesagt, die anderen seien alle doof. Sondern das, was sie sagen, ist intellektuell flach. Und sie sind Scharlatane bzw. Mythen-Erzähler. Und so zieht es sich durch den ganzen Artikel durch. Interessant ist die Tatsache, dass die Kommentarfunktion bei dem Video mit Professor Gestwa auf YouTube nicht aktiv ist. Jedenfalls war sie das Ende März 2023 nicht. Wer nichts zu verbergen hat, solle sich auch jeglicher Kritik stellen. Wer hier einen Absolutheitsanspruch auf sein Königswissen hat, der macht sich, finde ich, verdächtig. Da nützen auch die angebotenen Quellen nichts. Denn diejenigen, die dieses Video produziert haben, wollen offensichtlich gar nicht in eine Diskussion gehen und sich mit den Zusehern des Videos auseinandersetzen. Es ist meiner Ansicht nach immer sehr schwierig, wenn jemand behauptet, der Einzige zu sein, der die Wahrheit kennt. Will man durch das Diffamieren und Diskreditieren von anderen in der Öffentlichkeit stehenden Personen erreichen, dass die Menschen nicht kritisch sind, sondern sich eher von den anderen distanzieren und abwenden? Wer so agiert, weckt Neugier, Interesse und vielleicht sogar den Wunsch zu erfahren, was Sarah Wagenknecht, Daniele Ganser und Gabriele Krone-Schmalz noch so zu erzählen haben. Immerhin wären das drei komplett unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Thematik, nämlich Russland und den Krieg. Aus Sicht einer Politikerin aus dem linken Spektrum, aus Sicht eines Historikers und Friedensforschers mit Schwerpunkt internationale Beziehungen und aus Sicht einer Journalistin mit einer großen Affinität zu Russland. Da würden mich persönlich auch die Forschungsergebnisse von Prof. Klaus Geestwa interessieren. Das ist nämlich eine weitere Perspektive zu dem Thema. Unterschiedliche Perspektiven, die betrachtet, abgewogen und bewertet, plus miteinander verglichen und gegebenenfalls ergänzt werden, führen zu einem hochinteressanten Ergebnis. Also unterschiedliche Sichtweisen können das Ergebnis bereichern. Hierzu ein anschauliches Beispiel. Man stelle sich mal vor, irgendwo steht ein Haus. Es ist nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Also eine Seite nach Norden, eine nach Westen, eine nach Osten und eine nach Süden. Und das Haus wurde so gebaut, dass die Morgensonne in die Schlafzimmer scheint, also nach Osten ausgerichtet. Der Eingang ist nach Norden, die Terrasse nach Süden und Südwesten und die Abendsonne in das kleine Gästzimmer scheint dann in den Westen, also vom Westen kommt. Entsprechend ist jede Seite anders gestaltet. Im Norden ist die Haustür. Und dort befinden sich auch kleinere Fenster, die zum Gäste-WC und zum Hauswirtschaftsraum gehören. Zur Terrasse hin sind die Fenster groß und bodentief. Und eine Veranda zielt die Terrasse. Nun werden auf jeder Seite des Hauses Fachleute platziert. Experten. Ein Maurer, ein Tischler, ein Architekt und ein Feng Shui-Meister. Jeder dieser Menschen sieht nur seinen Teil des Hauses und betrachtet ihn mit seiner Expertisenbrille und kommt vermutlich zu jeweils ganz anderen Schlüssen als die anderen Fachleute. Obwohl es sich um dasselbe Haus handelt. Würde man jetzt dem Maurer zubilligen, dass er die einzige richtige Meinung aus seiner Sicht auf das Haus vertreten darf? Nein, natürlich nicht. Das würde man nicht tun. Hier ist es offensichtlich, dass der Maurer einen anderen Blick auf das Haus hat als zum Beispiel der Architekt. Oder würden wir jetzt den Feng Shui-Meister fragen, er andere Vor- und Nachteile des Hauses hervorheben würde, als der Tischler, der vielleicht speziell die Terrasse im Blick hat und die holzverarbeitenden Komponenten. Würden jetzt alle Fachleute ihre Expertisen zusammentun und sich austauschen, Fragen stellen und Unklarheiten ansprechen, so wäre das Ergebnis einer gemeinsamen Betrachtung wesentlich umfangreicher als die Einzelbetrachtung der jeweiligen Fachleute. Übertragen auf unseren Fall sieht es aber so aus, dass nur der Architekt recht hat und obwohl er aus einer völlig anderen Perspektive auf das Haus schaut als die anderen, er allein die Wahrheit kennt. Und diese einseitige Wahrheit wird dann durch einen Journalisten in die Welt getragen. Mit der Folge, dass ein sehr einseitiges Bild des Hauses entsteht. So funktioniert vermutlich multimediale Massenmanipulation und einseitige Information bzw. Berichterstattung. Schade eigentlich. Ich sagte es schon, wenn man genau dieses Bild in der Öffentlichkeit erzielen will, dass es einen ganz bestimmten Feind gibt und hinter dem Ganzen auch ein ganz bestimmtes Narrativ steht, dann ist eine einseitige Berichterstattung natürlich notwendig. Und dann wird in der Öffentlichkeit auch genauso agiert. Und die Öffentlichkeit, das sind eben halt auch die Medien. Der aufmerksame Leser und Zuschauer wird sich jetzt fragen, Wenn diese Menschen wie Gabriele Krone-Schmalz, Daniele Ganser, Sarah Wagenknecht und viele andere kritische Stimmen, die sich heutzutage zu Wort melden bzw. die schon vor Jahren kritisch getan haben, so falsch liegen, intellektuell flach sind und aus dem Bereich der Mythen-Erzähler kommen, warum wird ihnen dann so eine Aufmerksamkeit entgegengebracht? Warum werden Vorträge von Daniele Ganser in Deutschland teilweise verboten? Oder sollen verboten werden? Nein, falsch. Die Vorträge werden nicht verboten, sondern die Örtlichkeiten, wo dieser Vortrag stattfinden soll, werden nicht mehr zur Verfügung gestellt, obwohl es dort entsprechende Verträge mit den Veranstaltern gab. Vielleicht ist es ja so, dass diese Leute die Wahrheit sagen und die Offiziellen in diesem Land die Wahrheit nicht sehen wollen und diese vertuschen möchten. Könnte doch sein. Man will vermeiden, dass zu viele Menschen ins selbstständige Denken kommen und Sachverhalte hinterfragen, um so festzustellen, dass das hier alles eine riesengroße Lüge ist. Davor scheint man Angst zu haben und deshalb werden Leute mit einer anderen Meinung oder Sichtweise bekämpft. Das gab es übrigens schon immer und ist keine Erfindung aus den letzten drei Jahren. Und immer wieder gab es Menschen, die sich dafür hergegeben haben, die Wahrheit zu verschleiern oder andere Meinungen niederzumachen. An ihren Taten werden wir sie erkennen. Ich werde die Medien nicht verändern, das ist ganz sicher. Auch Michael Ströbel, der für Tee Online schreibt, wird bestimmt weiterhin diese Art Artikel schreiben. Und Professor Gestwa wird wohl auch aus seiner Perspektive die Welt erklären und behaupten, dass seine Sicht auf die Welt die einzige Ware ist. Und Daniele Ganser, Gabriele Krone-Schmalz, Sarah Wagenknecht und die ganzen anderen kritischen Stimmen werden weiterhin ihre Sicht der Dinge kundtun. Schön wäre es, wenn dies alles seine Berechtigung hätte und nicht in Diffamierungen, Diskreditierungen und Verunglimpfungen stattfinden würde. Wer diese Werkzeuge für sich nutzt, der spielt nicht fair. Ja, und warum sollte man auch fair und respektvoll spielen, in der heutigen Zeit, wo es um die Medienhoheit geht und darum, möglichst viele Leute für dumm zu verkaufen? Erfreulich wäre eine Diskussion aller Beteiligten, und zwar respektvoll, wertschätzend und achtsam. Würden das alle Beteiligten schaffen, ohne in Polemik persönlichen Anfeindungen und überheblichen und arroganten Gehabe abzugleiten? Vielleicht ist so etwas ja irgendwann einmal möglich. Ich würde mich darüber jedenfalls sehr freuen. Wenn also von den Beteiligten jemand an so einem Podiumsgespräch Interesse hat, schreibe er oder sie mir doch einfach eine E-Mail an info-at-das-echte-Nordlicht.de. Kommen wir doch in den Dialog und überwinden die Positionskämpfe und Diffamierungskampagnen. Wir als Menschheitsfamilie sollten gemeinsam an Lösungen arbeiten und uns nicht in sinnlosen Positionsschammützeln niedermachen. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, schon gar nicht von Menschen und schon gar nicht bezogen auf ein weltliches Thema. Und das sage ich als Nicht-Akademiker und Mensch und meine Botschaft richtet sich an alle Menschen und zwar Akademiker, Nicht-Akademiker, Handwerker, Frauen und Männer, Kinder, Christen, Moslems, Buddhisten, Juden, Taoisten und all die anderen auf dieser Erde. Da gibt es bestimmt noch viel mehr. Diese ganzen Kleinkriege, Konflikte und Scharmützel dienen nicht dem Frieden und der Menschheitsfamilie. Sie sind kontraproduktiv und tatsächlich auch nicht witzig. Wer das nicht verstanden hat, der mache so weiter. Aber erfolgreich ist das nicht. Ich freue mich auf positive Antworten von Daniele Ganser, Gabriele Krones-Schmalz, Sarah Wagenknecht, Michael Ströbel, Klaus Geestwa, Alice Schwarzer, Ulrike Guarro und allen anderen, die sich noch berufen fühlen, bei der Umsetzung einer solchen Podiumsdiskussion mitzuwirken. In Frieden, respektvoll und in Achtsamkeit. Herzliche Grüße, euer Heiko. Herzliche Grüße, euer Heiko. Herzliche Grüße, euer Heiko.